Hallo zusammen, heute erkläre ich euch den Unterschied zwischen Ziffer und Zahl. Zuerst die Ziffer. Es gibt die 10 Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Eine Zahl ist aus einer oder mehreren Ziffern zusammengesetzt. Folgende Beispiele. Die Zahl 5 besteht aus einer Ziffer, nämlich der Ziffer 5. Die Zahl 37 besteht aus zwei Ziffern, den Ziffern 3 und 7. Obacht, Zahlen mit mehr als vier Ziffern werden übersichtlich in Dreierblöcken dargestellt. Zum Beispiel 23.598 oder 7.236.140. Die Dreierblöcke beginnen immer von rechts. Eine alternative Schreibweise, vor allem bei Geldbeträgen, ist mit einem Punkt, also 23.598 Euro oder 7.236.140 Euro. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Klassenkameraden und Freunde weiterempfehlen würdet. Bis bald! ist bei Geldbeträgen, bei Geldbeträgen. Du kannst ist bei Geldbeträgen, bei Geldbeträgen. Ich binsty Eternal, wo Я hoffe, wann auch was war.